Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach ein Ticket, allerdings ist es heute nicht das tägliche Ticket, sondern das Stundenticket, weil ich habe vorhin das tägliche Ticket gespielt und ich habe es vergessen aufgenommen. Was heißt er vergessen? Ich dachte ich hätte auf den Aufnehmen-Knopf gedrückt, aber irgendwie hätte ich es nicht aufgenommen. So, deswegen geht es jetzt an Lord Mobile. Viel Spaß! Okay, und da sind wir. Es geht los. Wir sind, wo sind wir? Aha, wir sind schon wieder alles gelöscht. Och Mensch, schon wieder alles weg. Da macht bald gar keinen Spaß mehr das Spiel. Ah, boom. ah du german beriat beriat bonnetsch donschufens ok beriat ne 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 schon das wievielte mal war es jetzt gelöscht ich weiß es nicht mehr ich weiß es nicht mehr aber ich muss das hier irgendwie schon mal gespielt haben aber letztes mal war ich weiter weil er er heißt red batak ja ich hatte einmal red dog red batak red dog gleich batak war es glaube ich also red dog greifen wir an mit ach ja ach ach ich werde nie mh 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 Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Ich soll zwei Stück. Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Hm, ich schlaf immer eins, so I miss. Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Ich soll eine Emotion verwenden, wenn ich hier gelde bin. Wie, wenn ich hier gelde bin. Dann weil ich hier bin. Untertitelung. BR 2018 Das war meins. Speed up. Login-Geschenk. My axe is here for you. 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 Und mit dem jungen Hund. Jetzt bin ich ein bisschen wach. Und wieder fertig. Und mit dem jungen Hund. Und mit dem jungen Hund. Und mit dem jungen Hund. Okay. Noch sechs Minuten für die nächste Truhe. Sammel 3.000 Nahrung. 3.000 Nahrung. 1.000 Nahrung. Suchen? Nein? Ich verstehe das nicht. Okay. Normal. Trainieren. So vorbei. Nahrung. Auf der Karte. Da drauf. To ist ja okay. Steinbruch. Holz. Da ist Nahrung. So. 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 Uh... So. 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 erst mal hier noch mal die anderen Sachen fertig machen. Oh, man. Defeat the soul food Ne, das haben wir nicht Ja Schachmützel Da kommen wir nicht weiter Gut Dann sag ich mal, das war es für heute Ich wollte gerade sagen, ich stelle das Ticket ab Dabei ist es ja schon abgeholt, wenn ich es fertig habe Tadaa Abgeholt Gut Dann sag ich mal Dankeschön für Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal dabei seid Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao